Hans Hexelmann Der Drechselmann, Hans Hexelmann, hat seinen Laden aufgetan. Nun kommt ihr Kinder, groß und klein, und kauft die schönen Sachen ein. Hier eine Peitsche, hier ein Pferd, da einen Helm und dort ein Schwert. Hier eine Puppe, hier ein Bett und dort ein Küch und Kabinett. Hans Wurstelauch und Hutzelmann, kurz, was ein Herz nur wünschen kann. Drum kommt ihr Kinder, groß und klein, und kauft die schönen Sachen ein.